Die SWR 4 Schlagernacht kommt am 29. August zum Kröbelschesfest nach Kottenheim. Ab 20 Uhr werden die Dompiraten und SWR 4 DJ Jens Alinja es im Bürgerhaus ordentlich krachen lassen. Blick aktuell verlost hierzu Eintrittskarten. Um diese zu gewinnen, muss nur folgende Frage richtig beantwortet werden. Wie heißt der DJ des Abends? Einfach anrufen unter der 0137 826 0023, die richtige Antwort angeben, Adresse hinterlassen und schon kann mit etwas Glück am Freitag abgetanzt werden. Die Leitungen sind bis einschließlich Mittwoch, den 27. August freigeschaltet. Macht euch schnell beleid, heute wird sich nicht gescheuert. Wir feiern heut die ganze Nacht, bis morgen früh die Sonne lacht.